New York. Talib Kuali, die eine Hälfte des Dynamic Mic Duos Blackstar, bringt nun endlich sein lang erwartetes Soloalbum namens Reflection Eternal an den Start. Wir trafen den Walkers Representer in London. Die Reflection Eternal Crew besteht aus Talib Kuali und DJ Hightech, der unter anderem auch Beats für das Common und das Five Dog Album produziert hat. Für seine hochwertigen Beats nimmt sich Hightech die Zeit, die er braucht. Das ist eine andere Sache, die eine lange Zeit dauert, ist, dass Hightech alle Beats auf dem Album gemacht hat. Viele Hip-Hop Albums benutzen verschiedene Produkern, sodass ein Artikel kann sagen, ich will einen Beats, einen Beats, einen Beats, einen Album zu machen. Er hat 30 Songs gemacht, er hat 30 verschiedene Tracks für das Album, die wir 17 von denen benutzen haben. Zum Schluss gibt Kuali den deutschen Hip-Hops noch einen poetisch formulierten Ratschlag für die Zukunft. Hip-Hop ist eine Folk-Musik, eine Musik der Menschen direkt zu der Menschen. Und als man in Deutschland macht ein Musik, das istPRÜD, und instead, anfangs für andere Stylen. Dann wird es aufgeworfen.